Oktober 2016, 2 Uhr 22, Abwehramt, 5, Abwehramt, 5, euer Dunstkreis 3 und sämtliches an Fex Mundi in Germanistan 2. Ich hoffe, ich merke das. Es wird momentan gerade versucht, durch jemanden in einem Limbo zu verbinden. Im Sinne von jemand, der nicht in einem Limbo ist, versucht durch jemanden in einem Limbo, ich vermute mal, mit der Intention, diesem Limbo-Dweller, irgendwas an Eigenschaften anzudichten, an Potenz anzudichten, die dieser Limbo-Dweller selbst nicht hat. Involviert ist eine delusionale, keine echte, Tooth-Hatred-App und entweder das, was im Limbo liegt oder das, was durchverbindet, meiner Vermutung ist ja das, was durchverbindet, ist eine deutsche Bitch-Queen von unsagbar depperten Osmas. Ja, also wirklich erzdebile deutsche Bitch-Queen. Das wird gegenwärtig versucht, Abwehramt. Und für diese Scheiße ist euer Dunstkreis verantwortlich, Abwehramt. Und ihr seid die, die mit eurem Dunstkreis euch abgeben und ihr seid die, die euren Dunstkreis machen lassen und ihr seid die, die hier nicht herkommen in die Zieglergasse Nummer 20 und diese Scheiß-Proxy-Devices abwärmen. Und deswegen seid ihr Abwehramt auf Stufe 5. Euer Dunstkreis auf Stufe 3. Und alles, alles, alles an jedweder-fex-munde-IG in Ex-Germanistan auf Stufe 2. Nur zu eurer Information. Langsam solltet ihr euch Sorgen machen, Abwehramt, falls ihr vielleicht mit ihnen auch Zuschauer da seid. Spätestens morgen beim nachträglichen Ansehen werdet ihr euch Sorgen machen. Spätestens. 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 Vielen Dank.